Stürmer Michele Virgilio eroberte das Stadion wirklich im Sturm. Bei einer Partie zwischen seinem Verein nahe Nese Calcio und Casa del Diavolo fackelte der Italiener nicht lange. Ein Weitschuss direkt nach dem Anstoß passte genau und so lag der Ball schon 3,9 Sekunden nach Spielanpfiff im Netz des gegnerischen Tors. Spieler und Fans waren gleichermaßen überrascht. Nese Calcio gewann das Match schlussendlich mit 3 zu 1. Schneller trafen bisher nur wenige.